Hey Freunde und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vigua. In dieser Folge hat Nadine einen Kill mit einer Granate gemacht und mir persönlich fällt es eigentlich relativ schwer da wirklich ein Kill mitzumachen, weil die Granate bei mir meistens einfach viel zu weit springt und dann kriegt der Gegner gar keinen Schaden mehr ab. Aber Nadine hat es in dieser Folge geschafft, einen Granatenkill zu machen und wie sie es geschafft hat, das werdet ihr in dieser Folge sehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Danke Freunde. Da habt ihr euch jetzt hier recht. Ja, ersten Kopfschuss. Oh Mann. Wo war der nächste? Jetzt habe ich schon mal vergessen. Beim Parkplatz da waren die Wände rüberkommen. Oder wo könnten die hin? Also beim Parkplatz oder an der Kiste hier, an der Container. Da waren auch welche. Ach, da waren auch welche. Warum machen die den? Hä? Na gut. Rinde, ne? Pantoffeln, raus aus der Pantoffeln. Aber waren hier am Parkplatz 2 oder eh noch? 2. 2. 3. Was soll das? Aber da bin einmal kurz ins Doob gegangen, war so hektisch. Ja und ich hatte nur noch 4s mit so einem Mist. Also dafür ist es dann Dorni. Weißt du, die ist so schön zum... Ich hab's gemacht, ey. Äh, denkst du mal? Kleines Tänsel. Ich bin, äh, gescannt worden. Da links gesucht. Wo bist du denn? Wo du bist da? War grad vor dir noch. Bin mir nie sicher. Da ist da einer elf. Unexpected. Hä? Ah, du schießt. Äh, ne, doch nicht. Hm, aber doch noch ein Bosch. Ich hab grad weggeguckt. Ey, ping zurück. Warte mal. Was blöd, ja. Ich soll mal in eine Runde rein, ne? Ist cool. Hätten die Entwickler Battle2042 nicht so kaputt gemacht, hätte ich es mir wohl aufgeholt. Naja, gut, was Haze kaputt schon war. Blöd ist, dass er halt so viele Versprechungen gemacht haben. Das war alles ein bisschen doof. Aber an sich ist das Spiel, das ist ja ein geiles Spiel. Kannst du an sich nicht sagen. So. Also, mal gucken. Echt? Oh, dann sind ja beide weg. Hast du auch einen? Ja. Sehr gut. Meiner hat sie grad so schön da hingelegt. Was sagst du, Mucki? Nein, aber ich hab das nicht gesehen. Ja. Willst du ein M249 haben? Nee. Hast du eine Lootet bei? Nee. Nee. Hast du eine Lootet hier? Ja, die ist leer. Ja. Der hatte nur ne... Warteigen jetzt mit, ne AKM. AKM und ne A1. Äh, lass mal nochmal scannen gehen, wo die anderen sind. Dann... Greif mal an. Äh, so und du warst nur bei weg. Oah. Ja, ich hab mich, äh, dusselig angestellt. Aber du hast auch Glück gehabt. Bevor du hinter den, ähm... Du musst ja scannen. ...öltank gegangen bist, hätte ich dich schon wegsnacken können. Aber da war ich zu langsam. War ich zu vorsichtig. Ja, waren gut aufgeteilt jetzt auf jeden Fall. Und dann kamen noch die anderen da. Ja. Hier. Einer. Wo bist du denn? Du bist zwei, ne? Ja. Und einer dahinter. Ja. Na, also. Und ich meine... Ah, da kommen sie schon. Da sind sie schon. Hä, wo? Da sind sie in der Tanne. Oh, ich bleib laufen hängen hier. Ich glaub ich noch in der Tanne drin. Warte, ich schick mal nen Mörder. Ja. Wie ich selber nischt. Heiken falsch gesetzt? Ich glaub wir haben beide zu weit hinten gesetzt. Wo er einen geschickt ist. Oh doch, jetzt Heiken hat jemand. Jetzt hab ich einen, ja. Hier oben, die müssen hier aufm... Aufm Hügelchen schon sein, so. Ja, der war grad hier. Hä? Ist das unten oder ist das oben? Ist so blöd, die Karte zu lesen, ey. So, warte. Hier ist auch die Tür auf vom Haus. Ach, kannst du das, wenn du hier diese blöden... Da kam ja grad der andere her. Hier ne Tanne, Lien. Bist du selber am Reinrobben? Ja, siehst ja sonst nischt. Hä? Ah, da kam grad der zweite an. Der zweite hing ja n bisschen hinterher. Glaubst du, sie sind rausgerannt? Nee, ich ping nochmal. Ich hab gar keinen Ping mehr. Ich ping nicht. Kann auch nicht ping. Komm mal. Die steht oben, oder? Was sollen die denn sein? Hm. Was soll denn? Ja, am Berg. Den hocken will ich nochmal sein. Kopfschieß. Den hab ich? Nein. Ah. Ping bekommen? Was hab ich? Ping bekommen? Nee. War ne Bugle. Wo wurdest du denn erschossen? Der sitzt noch irgendwo in so nem blöden Baum, ne? Ich weiß nicht, ob der da war. Ich glaube, ich bin Richtung 300. ich bin damit abgehauen. Da bin ich gestorben. Achso. Äh! Ich glaub ich hab grad ein Hit gemacht! Echt? Echt? Also der hat so gezischt? Ja, kann sein, als du denn bekommen was. Ne? 세�igen feed bist du ... Gau jetzt einfach im ... Oooo Oooo Gar nicht nachher lange! Ja, kann man mal machen Nee, komm, wir gehen schnell pingen Wir werden nicht unterscheiden, ob deine Schritte sind, oder ob von denen die Schritte sind Ja, das ist doch doof, das haben sie irgendwie vermurkst Wir sehen uns gleich auf Sackbruchschreib da Ah, geil, Sackbrook. Nehmen wir eine vernünftige Map. Genau, verdiente Kills auf beiden Seiten, das stimmt. Ah, los, los, Sackbrook! Ist ab! Ey, ich hab' den doch erwischt, geilo! Ja, super! Ja, aber jetzt muss er ja irgendwo da liegen haben. Ja, da muss er ja irgendwo da liegen. Das hat die Flatsch, nämlich. Aber ich dachte, das gibt auch so'n'Hit denn, wenn man die, ähm... Ne, das ist direkt, wenn du Kopfschuss machst. Ah, ist ja lustig. Ja, aber den Kopfschuss krieg' ja dann auch wenigstens das rote Kreuz. Also ich hab's bei mir farblich für Kopfschuss gibt's ja so'n'roten... Ne, gar nicht, stell' so'n'roten, roten... Weißt schon, roten... Ist ja nicht automatisch, kannst du das einstellen? Achso, ich weiß gar nicht, sonst in der Spiele stell' das immer um. Also bei Battlefields wie oder weh. Weiß nicht, ob der geradeaus auf 200... ...stehen? Der muss hier... Der hier. Da ist er. Aha. Ist ja cool. Freugt mich schon ein bisschen, war. Ja cool, auf jeden Fall. Das war ein guter... Ey, mit ner Granate... Ich sag doch nie, ich bin doch da gewesen. Ja. War er tot. Ich sag noch, hat halt geflatscht. Ich hab noch nie geschafft mit ner Granate ihn zu töten. Normalerweise springt die bei mir wie so'n Flummi... Ja. Und trifft mich nicht. Einfach immer. Also äh, ich treff' die nicht so. Trifft mich nicht. Doch, mich trifft immer das ganze Zeug irgendwie. Aber... Ich sag mal in den Häusern ist das schon... Ist das schon gut. Ja. Marcel, bist du noch da? Wie geht's dir? Er ist bestimmt schon am, äh... Naja, klar. Um sich konzentrieren, ne? Am Sackbrug, äh, so achten. Lauf, Horvist, lauf! Da ist doch der Seitenausgang da einfach, oder? Den... Jetzt... Oh, man möchte sie rausschieben, ey. Mhm, mhm. Ey, wenns noch nicht gebimmelt hat und so, wirst du mal sagen können... So... Wupp! Wie, nicht ab, Scotty? Das ist ja mit Sicherheit, um den anderen auch die Chance zu geben, dass du einfach nicht mit dem Druck rausrennen kannst, ne? Achso, ne, ich mein, wenn du eher alleine auf der Map bist, willst du? Denn... Ja, stimmt, ja. Ich bin ja jetzt eher alleine. Wer soll mich jetzt mal... Eigentlich, was mich töten könnte, ist die Zone, weil er die ja auch noch nicht mal gebimmelt hat. Na gut. Man kann ja Kontaktdommen noch, äh, hinpacken, nicht? Geil. Ist der ein oder andere schon mal reingelaufen? Hab ich mir sagen lassen, ja. Ja. Ähm. Also was ich halt doof finde, du wirst ja schon angezeigt. Ja. Und dann auch noch den Druck so schwer machen, dass du langsam laufst, das macht doch gar keinen Sinn, ey. Ich... Ja. Also na gut, den kannst du ja unsichtbar machen. Aber ich finde zum Beispiel, wenn du bedrohend wirst, ne, ist immer Fluch und Segen zugleich. Irgendwie so, du freust dich, dass du bedrohend geworden bist, bist aber auch total am Arsch, weil du für alle sichtbar bist. Ja. So, weißt du, so... Ja, hier bin ich. Äh, moin. Ja. 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 Ja.